Also, ich bin ja ein Dylan-Fan. Bob Dylan. Bob Dylan. Die Frage bleibt also, sind seine Texte, die wir jetzt in deutscher Übersetzung hören, sind diese Texte wirklich Literatur? Ich habe euch durchschaut und hinter euren maskenhaften Fratzen euer wahres Gesicht entdeckt. Ihr, die ihr niemals etwas anderes getan habt, als zu zerstören. Wir leben in einer politischen Welt, wo Güte über die Planke geht. Das Leben ist in Spiegeln. Der Tod verschwindet. Die Stufen hoch in die nächste Bank. Wir leben in einer politischen Welt, wo Mut etwas aus der Vergangenheit ist. In Häusern spukt es, Kinder sind unerwünscht. Der nächste Tag könnte dein letzter sein. Wenn der Regen ins Gesicht dir schlägt und der Sturm durch deine Seele fegt, umarm ich dich, damit du nicht mehr frierst. Und meine Liebe spürst. Wenn Hunde sträumen, warum nicht wir? Anbrechen mit Gott auf unserer Seite. Ich glaub, ich stehe vor der Himmelsdür. Ich glaub, ich stehe vor der Himmelsdür. Da man und ging an Frau, auch Diener barfuß und gebückt. Draußen in der Ferne hört man schreie seltsam dubios. Zwei Reitern kamen näher, der Sturm geht heute los. Hey, fremder Tambourimann, spiel ein Lied für mich. Bin ich müde und hab nirgends ein Zuhause. Hey, fremder Tambourimann, spiel ein Lied für mich.